Die Kernfusion ist eine Kernreaktion, bei der zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmelzen. Die Kernfusion ist Ursache dafür, dass die Sonne und alle leuchtenden Sterne Energie abstrahlen. Von entscheidender Bedeutung für das Zustandekommen einer Fusion ist der Wirkungsquerschnitt das Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass Zusammenstoßende Kerne miteinander reagieren. Ausreichend groß ist der Wirkungsquerschnitt meist nur dann, wenn die beiden Kerne mit hoher Energie aufeinander prallen. Die ist nötig, um die Coulomb-Barriere, die elektrische Abstoßung zwischen den positiv geladenen Kernen, zu überwinden oder ihr schmales Maximum zu durchdunneln. Jenseits der Barriere, bei einem Abstand von nur noch etwa 10-15 Meter, überwiegt die Anziehung durch die starke Wechselwirkung und die Kerne verschmelzen miteinander. Fusionsreaktionen können Exotherm oder Endotherm sein. Exotherme-Fusionsreaktionen können die hohen Temperaturen aufrecht erhalten, die nötig sind, damit die thermische Energie zu weiteren Fusionsreaktionen führen kann. Solche thermonuklearen Prozesse laufen in Sternen und Fusionsbomben unter extremen Druck ab. Im Gegensatz zur Kernspaltung ist eine Kettenreaktion mit Fusionsreaktionen nicht möglich. Die oben abgebildete Fusionsreaktion soll in Zukunft der Stromerzeugung in Kernfusionsreaktoren dienen. Kerne von Deuterium und Tritium verschmelzen zu einem Heliumkern unter Freisetzung eines Neutrons sowie von Energie. In der Abbildung darunter ist die Bindungsenergie pro Nukleon der Nuklide dargestellt. Energie wird frei bei Reaktionen in aufsteigender Richtung der Kurve bzw. wird benötigt bei abfallender Richtung. Die Fusion von Wasserstoff zu Helium-4 setzt besonders viel Energie frei. Erforschung der Kernfusion Schon die erste beobachtete Kernreaktion war eine Fusionsreaktion. Sie wurde lange vor der Kernspaltung durch Ernest Raerfurt im Jahre 1917 bei Experimenten mit Alpha-Teilchen entdeckt. Es zeigten sich Protonen relativ hoher Energie, die nur auftraten, wenn das bestrahlte Gas Stickstoff enthielt. Diese Kernreaktion heißt in heutiger Schreibweise 14n17 oder ausführlich geschrieben. Diese Umwandlung von Stickstoff in Sauerstoff stand wie der Alpha-Zerfall selbst im Widerspruch zur klassischen Theorie, nach der die Coulomb-Barriere nur mit ausreichend Energie überwunden werden kann. Erst 1928 konnte George Gamow solche Vorgänge auf der Basis der neuen Quantenmechanik mit dem Tunneleffekt erklären. Schon 1920 hatte Arthur Eddington aufgrund der genauen Messungen von Isotopenmassen durch Francis William Aston Fusionsreaktionen als mögliche Energiequelle von Sternen vorgeschlagen. Da aus spektroskopischen Beobachtungen bekannt war, dass Sterne zum Großteil aus Wasserstoff bestehen, kam hier dessen Verschmelzung zu Helium in Betracht. 1939 veröffentlichte Hans Bete verschiedene Mechanismen, wie diese Reaktion in Sternen ablaufen könnte. Die erste im Labor gezielt durchgeführte Fusionsreaktion war der Beschuss von Deuterium mit Deuterium-Kernen 1934 durch Mark Ulyphant, Assistent von Rafford. Die Fusion dieses in Sternen allerdings seltenen Wasserstoff-Isotops verzweigt in zwei Produktkanäle. Die technische Nutzung der Kernfusion wurde zuerst mit dem Ziel der militärischen Waffenentwicklung verfolgt. Daher fand die Fusionsforschung in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im Geheimen statt. Die USA waren seit 1945 die Sowjetunion seit 1949 im Besitz der auf der Kernspaltung basierenden Atombombe. In der Folgezeit entwickelten Edward Teller und Stanislav Hulam in den USA ein Konzept zum Bau einer Wasserstoffbombe, die auf der Kernfusion beruht und eine wesentlich höhere Sprengkraft versprach. Am 1. November 1952 wurde die erste Wasserstoffbombe namens Ivy Mike Emenivetok-Atoll im Pazifik gezündet. Damit war der Nachweis erbracht, dass auch auf der Erde große Energiemengen durch Kernfusion freigesetzt werden können. Energiebilanz Erste die Masse der bei der Fusion entstandenen Kerne bzw. Teilchen geringer als die Summe der Masse der Ausgangskerne, wird die Massenlifferenz wie bei jeder Kernreaktion nach der von Einstein stammenden Masse Energieäquivalenzformel in Form von Energie freigesetzt. Exotherme, also energiefreisetzende Fusionsreaktionen, treten nur bei der Verschmelzung leichter Kerne auf, da die Bindungsenergie pro Nukleon mit steigender Massenzahl nur bis zum Element Eisen zunimmt. Sehr groß ist sie jedoch bei Helium-4 erzeugenden Reaktionen. Die Umsetzung von einem Gramm-Deuterium-Tritium-Gemisch in einem Kernfusionsreaktor würde eine thermische Energie von rund 100 Megawattstunden oder 12,3 TSK liefern. Stellare Kernfusion Hauptartikel Sternentwicklung Fusionsreaktionen mit verschiedenen Ausgangsstoffen benötigen verschieden hohe Temperaturen. In Sternen laufen unterschiedliche Reaktionen nacheinander ab. Erste der Brennstoff für eine Reaktion aufgebraucht, so kontrahiert der Stern, wodurch seine Zentraltemperatur steigt. Eine neue Reaktion, die diese höhere Temperatur benötigt, kann dann einsetzen. In einem Stern verschmelzen zu Beginn seines Lebens primordiales Deuterium und Lithium. Braune Zwerge werden bei ihrer weiteren Kontraktion nicht heiß genug, während sich bei schwereren Sternen wie unserer Sonne eine lange Phase des Wasserstoffbrennens anschließt. In dieser Zeit als Hauptreinstern verschmelzen Protonen die Atomkerne des Wasserstoffs unter Energiefreisetzung zu Helium. Dies geschieht in mäßig großen Sternen hauptsächlich über eine als Proton-Protonreaktion bekannte Reaktionskette bei höheren Temperaturen gewinnt. Der Beta-Weizsäcker-Zyklus an Bedeutung In diesen Reaktionsketten werden Neutrinos mit charakteristischen Energieverteilungen gebildet, deren Messung Aufschluss über das Sonneninnere liefert. Wenn im Kern eines Hauptreinsterns der Wasserstoff knapp geworden ist, beginnt die Fusion von Helium. Größere Sterne erzeugen infolge ihrer Masse auch einen stärkeren Gravitationsdruck, wodurch Dichte und Temperatur höhere Werte erreichen und am Ende auch schwerere Elemente durch Fusion entstehen. Dieser Prozess führt bis zu Kernen im Bereich des Maximums der Bindungsenergie pro Nukleon. Elemente mit noch größeren Massenzahlen können hingegen nicht mehr auf diese Weise entstehen, da solche Fusionen zunehmend endotherm sind. H. weniger Energie liefern, als sie für ihre eigene Erhaltung benötigen. Sie werden durch Neutronen- und Protonenanlagerung gebildet. Kernfusionsreaktoren Hauptartikel Für eine technische Nutzung ist die PP-Reaktion viel zu langsam. Selbst im Kern der Sonne liegt die mittlere Lebensdauer eines Protons in der Größenordnung von 10 Milliarden Jahren. Die Konzepte für Kernfusionsreaktoren basieren auf der Fusion von Deuterium und Tritium im folgenden kurz DT. Andere Fusionsreaktionen hätten zum Teil Vorteile gegenüber DT. Insbesondere hinsichtlich durch Aktivierung der Wandmaterialien entstehende Radioaktivität oder leichterer Nutzbarmachung der Reaktionsenergie. Sie stellen jedoch wegen kleineren Energiegewinns pro Einzelreaktion, der Notwendigkeit wesentlich höherer Plasmatemperaturen oder mangelnder Verfügbarkeit der Einsatzstoffe bis auf weiteres nur theoretische Möglichkeiten der Energiegewinnung dar. In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen Brennstoffe, die Reaktionsprodukte und die frei werdende Energie aufgeführt. Bei Reaktionen mit verschiedenen möglichen N-Produkten sind die prozentualen Anteile der Reaktionskanäle angegeben. Gibt es nur zwei Produktteilchen, haben diese nach der Kinematik die angegebenen, wohl bestimmten kinetischen Energien. Bei Reaktionen mit mehr als zwei Produktteilchen lässt sich dagegen nur die freigesetzte gesamte Energie angeben. Für irdische Kernfusionsreaktoren ist ein Gemisch aus gleichen Teilen der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium der aussichtsreichste Brennstoff. Damit diese Fusionsreaktion Reaktion in der obigen Tabelle selbstständig abläuft, muss das Lossenkriterium erfüllt sein. Daraus ergibt sich eine benötigte Temperatur von ca. 150 Millionen K und ein Druck von einigen Bar. Bei diesen technisch erreichbaren Werten ist der Wirkungsquerschnitt der DT-Reaktion weit größer als der für den ersten Schritt der Proton-Proton-Reaktion. Zur Nutzung der DT-Reaktion als Energiequelle auf der Erde werden in internationaler Zusammenarbeit Fusionsreaktoren mit magnetischem Einschluss des Plasmas entwickelt. Wobei es bisher vor allem darum ging ein stabiles Plasma zu erzeugen. Dafür werden fast ausschließlich Wasserstoff, Deuterium oder Gemische daraus verwendet, nur in seltenen Fällen auch das radioaktive Tritium. Die meisten plasma-physikalischen und technischen Probleme bezüglich Heizung, Stabilisierung und Diagnostik können mit Wasserstoff und Deuterium untersucht werden. Die für das Erfüllen des Lossen-Kriteriums erforderliche Einschlusszeit ist noch nicht erreicht. Die bisherigen Versuchsanlagen sind dafür zu klein. DT-Fusionen sind mit Jet erreicht worden und im größeren Maßstab mit ITER geplant. Die Erfüllung des Lossen-Kriteriums und Stromproduktion sind mit Demo vorgesehen. Zwei Reaktionskanäle sind etwa gleich häufig. Für eine Kraftwerksnutzung sind die Nachteile gegenüber DT der viel kleinere Energiegewinn und der viel kleinere Wirkungsquerschnitt, was die erforderliche Einschlusszeit erhöht. Bei nennenswertem Umsatz der DD-Reaktion tritt als Folge Reaktion die DT-Reaktion auf sowie zusätzlich die Reaktionen. Der Helium-3-Kern ist der Spiegelkern des Tritium-Kerns. Er enthält zwei Protonen und 1 Neutron statt 1 Proton und 2 Neutron. Die D3-He-Reaktion der Tabelle oben bereits als Folge Reaktion der Deuterium-Deuterium-Fusion aufgeführt, liefert dementsprechend einen Helium-4-Kern und ein Proton von 15 MeV-Energie. Allerdings muss die höhere Abstoßung des doppelt geladenen Helium-3-Kerns überwunden werden. Die Umsetzung der kinetischen Energie des Protons in nutzbare Form wäre einfacher als beim Neutron. Gleichzeitig würden auch Deuterium-Ionen untereinander zu Protonen und Tritium oder zu Neutronen und Helium-3 reagieren. Dadurch würden sich ebenfalls Neutronen bilden. Wird das Tritium nicht aus dem Reaktionsgas entfernt, kommt es auch durch DT-Reaktionen zur Neutronenfreisetzung. In einem allein mit 3-He-betriebenen Fusionsreaktor gäbe es noch viel weniger Radioaktivität, da nur ein He-4-Kern und Protonen entstehen. Allerdings müssten für die Reaktion noch größere Abstoßungskräfte überwunden werden. Bei den hohen Temperaturen des Plasmas würde mit einer gewissen Reaktionsrate durch inversen Beta-Zerfall aus He-3 und Elektronen-Tritium entstehen. Eine grundsätzliche Schwierigkeit liegt in der Verfügbarkeit von He-3, das auf der Erde nur in geringer Menge vorhanden ist. Größere Mengen He-3 sind in Mondgesteinen nachgewiesen worden. Für eine mögliche Gewinnung auf dem Mond und Transport zur Erde müssten die technische Machbarkeit nachgewiesen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis abgewogen werden. Der He-4-Atomkern weist im Vergleich zu seinen Nachbarnukliden eine besonders hohe Bindungsenergie pro Nukleon auf. Dies erklärt den großen Energiegewinn der DT-Reaktion. Und deshalb sind auch andere Reaktionen leichter Nuklide, soweit sie He-4 erzeugen, als Energiequelle denkbar. Die Schaffung der erforderlichen Bedingungen bereitet jedoch noch viel größere Schwierigkeiten. Denn die Abstoßung zwischen den mehrfach geladenen Atomkernen ist stärker als zwischen den leichteren Nukliden. Ein Beispiel ist die Bohrproton-Reaktion. Sie hätte ebenso wie die 3-He-3-He-Reaktion den Vorteil, keine Neutronen freizusetzen. Für sie müssten im Vergleich zur DT-Reaktion die Temperatur etwa 10 Mal höher und die Einschlusszeit 500 Mal länger sein. Die Energieverluste des Fusionsplasmas durch Synchrotron- und Brahms-Strahlung stellen aufgrund der nötigen hohen Temperaturen und der Kernladung des Bohrs bisher unüberwindbare physikalische Grenzen dar. Die Reaktionsraten der Fusionsreaktionen sind von einer eventuellen Spin-Polarisation der beteiligten Ionen abhängig. Beispielsweise könnte der Wirkungsquerschnitt der DT- oder der D3-He-Fusionsreaktion um einen Faktor bis zu 1,5 erhöht werden. Wenn die Spins der beteiligten Teilchen parallel ausgerichtet sind, außerdem könnten die bevorzugten Emissionsrichtungen der Reaktionsprodukte beeinflusst werden. Damit ließe sich im Prinzip die Energieauskopplung etwas vereinfachen und die Lebensdauer der Blänke-Teile erhöhen. Allerdings ist offen, wie die für einen Reaktorbetrieb erforderlichen Mengen polarisierten Brennstoffes hergestellt, in das Plasma-Gefäß gebracht und dort gegen Depolarisationseffekte geschützt werden können. Technische Anwendungen Hauptartikel In internationaler Kooperation wird erforscht, ob und wie sich Fusionsenergie zur Stromerzeugung nutzen lässt. Der erste wirtschaftlich nutzbare Reaktor wird, falls sich die technologischen Hindernisse überwinden lassen und die politische Entscheidung zugunsten der neuen Technologie fallen sollte. Nicht vor 2050 erwartet. Unter der Voraussetzung, dass fossile Brennstoffe wegen ihrer Klimaschädlichkeit zurückgedrängt werden und die Kernfusion somit wirtschaftlich konkurrenzfähig wäre, könnte ein großtechnischer Einsatz der neuen Technologie nach heutigem Erkenntnisstand im letzten Viertel des 21. Jahrhunderts erfolgen. Fusionsreaktionen Fusionsreaktionen lassen sich wie andere Kernreaktionen mittels Teilchenbeschleunigern im Labor zu physikalischen Forschungszwecken durchführen. Die oben genannte Deuterium-Tritium-Reaktion wird so zur Erzeugung schneller freier Neutronen verwendet. Auch der Farnsworth-Hirsch-Fusor ist eine Quelle freier Neutronen für Forschungs- und technische Zwecke. In Wasserstoffbomben läuft die Deuterium-Tritium-Reaktion unkontrolliert ab, wobei das Tritium meist erst während der Explosion aus Lithium gewonnen wird. Die größte je getestete Wasserstoffbombe, die Zabombe, erreichte eine Sprengkraft von 57 Megatonnen TNT, aber auch viele Atombomben enthalten einige Gramm eines Deuterium-Tritium-Gemischs im Inneren der Hohlkugel aus Nuklearsprengstoff. Nach Beginn der Kettenreaktion wird diese ausreichend aufgeheizt, um die Kernfusion zu starten. Die dabei in großer Zahl freigesetzten Neutronen intensivieren die Kettenreaktion im Nuklearsprengstoff. Seit Einstellung der Kernwaffentest-Explosionen werden Fragen der Funktionssicherheit und der Weiterentwicklung von Fusionswaffen unter anderem mit Computersimulationen untersucht. Die dafür nötigen genauen Materialparameter werden unter anderem durch Experimente zur lasergetriebenen Trägheitsfusion ermittelt. Siehe auch Kernfusionsenergie, Z-Maschine, kalte Fusion.